Eine Vorfälligkeitsentschädigung fällt dann an, wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen und Sie aber noch einen laufenden Kreditvertrag haben, wo Sie jeden Monat Ihre Kreditverpflichtungen zu zahlen haben. Für diesen Zeitraum, der noch offen ist, hat die Bank natürlich einen berechtigten Schaden. Den macht sie geltend, genau in der Höhe der entgangenen Zinsen, die sie zu bekommen hat.